Gott, krass. Nice. Hast du beide gemacht? Nee. Nee. Der hat noch gefehlt. Nice. Easy. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you are not the same. This is so far from the game. Vorstellung, weißt du. Vorstellung. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt dein Team sind? Ja. Gehen wir auch hier drei Klone so gesehen, oder? Ja, ich glaube hier sind es 6 gegen 6 quasi. Oh, nicht geil ist das denn. Ah, das ist Klaas, Venni. So, da sehe ich uns. So, hallo und herzlich willkommen erstmal. Bei einer weiteren Folge Quentin League. Mit dabei wir Janik und... Ja, diesmal sind wir im Team. Gegen zwei Fremde. Online-Spieler da. Und ich bin fast tot. Ja, nicht regelt. Gar nicht regelt. Easy. 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 Guck mich an. Ich kann gar nicht verlieren. In der Regel einfach. Okay. Runde eins geht an uns. Okay. Zwei Punkte im Übrigen. Zwei Punkte nur. Das ist krass. Mal gucken. Schauen wir schon. Online nur zwei Punkte. Gut zu wissen. Hm. Ja, zwei. Ich glaube, wir gehen auch runden rum. Ja. Das ist die eins. Nein, ich habe genug. Ich habe eingekriegt. Nein. Fuck me ass. Aber so richtig hart. Oh, ein Schloss hat gefehlt. Aber ich habe beide dann in der Mitte. Das wäre richtig. Puh. Das ist klar. Läuft jetzt mal rechts. Also die Crew kommt ja unten lang, ne? Alter, wird direkt gestorben. Scheiße. Du musst regeln, Sven. Sveni. Ja, ich kann nicht. Keiner steht in der Mitte im Übrigen. Okay, Verlängerung. Okay. Nice. Drei standen rechts im Übrigen gerade. Ja, aber wir waren auch irgendwie ganz gut. ganz viele. Das fand ich gerade krass. Nice. Hast du beide gemacht? Der hat auch gefehlt. Nice. Easy. Oh. Es geht auch ein Punkt, oder? Nee, wir müssen, das ist ja verlängert. Deswegen haben wir es noch zweimal. Oh, nee. Oh, doch. Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt so easy einen Punkt, aber nee. Nee. Eine läuft wieder unten, unten durch die Mitte. Ja, einer hängt wieder oben. Einer habe ich. Der zweiten habe ich auch. Geil. Habe ich nicht? Eine läuft da noch rein? Habe ich noch Glück recht? Oh, in der letzten Sekunde. Ha, 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 ha. So. Dann kriegen wir Punkt, was? Ja, wenn wir jetzt irgendwie durchkommen, ja. Genau. Okay, einen habe ich. Scheiße, einer hat mich, einer kommt von rechts unten. Nummer drei. Scheiße. Oh, ja. Oh, das stand direkt davor. Das war knapp. Alter. Alter, ich habe auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Aber guck dir das mal an. Wie cool. Alter, ich habe auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Mhm. Hauptsache, ich stehe in der Mitte. Ja. Wie das abgeht. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Oh, das war echt knapp. Oh, das war echt knapp. Oh, das war echt knapp. Okay. Match points, wenn. Regeln wir jetzt. Okay. Links ist auf jeden Fall einer. Ja. Miss Sniper. Down. Bin tot. Unten rechts. Unten rechts. Warte. Oh, okay. Ich bin auch tot. In der Mitte. In der Mitte haben sie zwei. Warte. Warum ist da noch eine? Kann sie sich wieder aufheben oder so? Nee. Glaube ich nicht. Aber ich habe die gekillt. Echt? Ja. Krass. Ähm. Weiß ich doch nicht. Okay. Ob ihr verstanden beide in der Mitte. Nein. Nein. Scheiße. Den habe ich auch gekillt. Hä? Warum steht die geht auf? Ich weiß es nicht. Das werden nicht für mich gemobbt. Glaube ich dir. Okay. Komm, jetzt müssen wir es reißen. Du darfst ganz außen rum jetzt mal gucken. Okay. Dann habe ich auch. Nein. Scheiße. Die Krimpunkt. Nö. Ah man. Schiebung. Absolut. Verdient. Absolut. Unverdient. Nein. Ein von den dreien habe ich weggekriegt. Aber der andere Stadter halt. Ja. Alles gut. Alles gut. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Ach so. Jetzt ist Runde 3. Mal gucken. Der jetzt gewinnt, der hat gewonnen. Ja, die logische. Okay. Ich glaube unten lang. Ich oben. Einer ist tot. Der andere steht oben in der Mitte. Kacke hat nicht. Der Herr ist auch nicht. Ich verstehe nicht. Wieso haben die zwei. Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Das war unfair. Wenn die zwei haben wir nur ein. Bei den ein habe ich ja niedergeschossen. Ja, das sagte ich ja auch. Letzte Runde. Ja, also. Hä? Verschied hier oder was? Das ist nicht. Nailed it. Come on. Einer aus dem Kappen kommt von oben. Von oben jetzt links und dann näht er dir. Und dann guck dir an. Beide stehen da jetzt wieder. Von dem Frotzen. Einfach nur in der Zone drin, oder? Ja, das stand beide drin. Okay. Entscheidungsrunde neue. Das wird so interessant. Also. Äh. Äh. Hm. Also. Ich hab. 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 Und Initiate. Undpex. ов. Dreikommen von rechts. Ja. Ich hab v reduce. Ja. Kann ich, ES fucking machen. Es ist ganz komisch gewesen. Also jetzt runde 3 was hält super schön wird das halbaffen ja das war ja schade war aber noch eine runde dran ja ich hatte das sind zwei runden sind oben links und hinten rechts wieder auf die beiden als du für dich bisschen komisch hier das ist komisch das zoom mit also ziel ich selber gekillt habe habe ich erst mal noch eine gegner weggekriegt nummer eins ist immer schriss gelaufen eine bis hinten noch eine bis hinten rechts zwei in der mitte okay erster punkt nice was wenn okay die gesundheit okay man hat auch immer die pistole dabei also vielleicht haben wir die leeres wechseln muss man auch mal überlegen ja das war jetzt also schon besser jetzt die runde jetzt fall gegen leute überlegt euch dann ob wir vielleicht mal eine private runde davon nochmal machen sollen mit waren vielleicht haben ja finden wir noch welche das ist echt geil dass also diese idee finde ich das war was anderes ich habe auch ein geholt einheit gehabt es gibt diese blauen kugeln ja wenn du dadurch bist du wieder da ich sehe meinen eigenen arsch ja okay so blauen kristall finden und so wenn man schnell steht kann man doch noch reißen ja das ist gut zu wissen aber hier finden da ohne drei jetzt kann bis reißen einer kommen mit und hinten von hinten ja ich habe auch paar wird genommen aber ich dachte es reicht raus zwei jannik steht direkt davor so belastet okay also jetzt kommt es ist entscheidend okay habe ich eine sind rechts so unten rechts okay ich bin schon wieder nicht dazu belastet also einer hat auf jeden fall überlebt die macht aber glaube ich nichts großartig aber die jungen zwei in der mitte nein kacke da war ja noch einer also es hat keiner in der mitte von uns jetzt wird es interessant alter als auch nummer dreistel ja sonst ist das mal nicht so wichtig okay eine snipe vor der mitte aus ja mann hier gedanklich ist gg so genau das kommt ihr dann an einstieg die rechte von der wasser weg aber geil war richtigkeit ich bin auch zufrieden auf jeden fall so da wir können auch eigentlich schon die folge beenden mit einem schönen geilen sieg war nicht okay dann sage ich mal vielen dank fürs einschalten lassen gleich dann abo da lassen wenn mehr von dem spiel sehen wollt dann schreibt es in den kommentaren die hatten da echt bock drauf und ja bis dann und rein what you saying it ain't nothing but heart wrecking dedication quit complaining look at my life feel my pain when it comes to me and you we're not the same this is so far from the game what you saying it ain't nothing but heart wrecking dedication quit complaining look at my life you